Da ist das Ding mit SOD-BGs und Classic-BGs. Die Leute wollen kein PvP. Die wollen die Belohnung, right? Und wenn du den Händler vor den Anmelder stellen würdest, der dir das PvP-Gier verkaufen würde, da würde von den Leuten nicht einer mehr ins BG gehen. Die würden nicht das Gier kaufen und Tschüss sagen. Die wollen das Gier. Und mehr auch nicht.